Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Konen Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute haben wir wieder eine kleine neue Herausforderung und zwar ist das eine seltene Herausforderung für 70 EP. Wir sollen Gärungsstoff ernten. Ich befinde mich aktuell in dem Quadranten J8 und das seht ihr dann hier schon. Da gibt es zwei verschiedene Sachen. Hopfen und Gärmittel gibt es hier ganz ganz viel. Und diese langen Pflanzen, die wir jetzt hier gerade hinter mir sehen, das sind Gärmittel. Wichtig ist, dass ihr die wirklich komplett aberntet, nur dann wird dieser Fortschritt wirklich angezeigt. Und im Endeffekt müsst ihr nicht allzu viel machen. Ihr müsst nur das Komplette hier abernten. Nicht drinstehen natürlich. Und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine weiteren Videos zum Thema Herausforderungen an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.